Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video, heute mal wieder CaseKing.de und zwar mit dem Gaming PC Intel i5-13600K RTX 4070 Ti King Deal für 2.699,90 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kurz zu dem Bild, das hier ist absolut kein Fake. Das System stimmt 1 zu 1, weil das hier ein Messe-PC ist. Hier unten steht nämlich, es handelt sich hier um ein vollkommen funktionsfähiges Ausstellungsstück, das nur auf Messe-Events von uns verwendet wurde. Das System wurde vom KingMod-Team ausgiebig getestet und geprüft und befindet sich im makellosen Zustand. Auf alle KingDeal-Gaming-Systeme gewährt CaseKing 36 Monate Garantie. Schon mal ganz wichtig, 3 Jahre Garantie, das ist schon mal nice to have. Sehr wahrscheinlich sogar Pick-up und Return, bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber 3 Jahre Garantie ist schon mal eine Top-Sache. Und dementsprechend hatten sie halt hier die Möglichkeit, wirklich das System so zu fotografieren, wie es ist. Das sieht dann auch wirklich so aus, so wie ihr die Bilder hier seht, auch mit diesen Lüftern, das werden jetzt wohl die Arctic-Lüfter sein, weil hier wurden 6 Arctic-Lüfter noch zusätzlich verbaut, aber ansonsten auch die Grafikkarte, die Wasserkühlung, das Board, es stimmt alles soweit. Und ja, das Display, was hier vorne verbaut ist, ist auch wirklich da drin. Das bringt das Gehäuse so mit, wenn man es auch als Endkunde kauft. Gehen wir auch direkt zu den technischen Daten. Wir haben hier einen Johnsbo D31 Mesh Screen Micro-ATX-Gehäuse Temperate Glass Schwarz. Das ist dieses hier. Also wie gesagt, das Display ist mit dabei. Ist ein Micro-ATX-Gehäuse, das bedeutet, hier ist auch ein Micro-ATX-Mainboard drin. Habe ich nix gegen. Ich habe nur was dagegen, wenn ein Micro-ATX-Board in ein Full-ATX-Gehäuse reinbannert, weil das sieht a-komisch aus und meistens sind die qualitativ auch nicht so geil, die Boards. Das, was hier drin ist, das passt soweit. Das schauen wir uns aber gleich noch an. Das Gehäuse bringt aber an sich keine Lüfter mit, aber immerhin, wie gesagt, das Display. Es hat vorne Mesh, es hat hinten halt noch diesen Auslass für den Lüfter. Oben kann eine Wasserkühlung verbaut werden. Unten können auch noch Lüfter rein. Der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Und das kostet 114,90 Euro bei Caseking.de. Als Grafikkarte bekommen wir eine Inno 3D Geforce RTX 4070 Ti X3. Das ist diese hier. Ist in dem Fall von Inno 3D. Ist jetzt nicht der teuerste Hersteller, aber die laufen alle gleich gut. Also wenn ihr verschiedene 4070 Ti's nehmt, gibt es bestimmt noch eine OC-Variante, die 3-4% schneller ist. Aber die ist schon in Ordnung. Die ist vor allen Dingen für Wiko HD geeignet. 4K stemmt die auch noch. Kommt immer so aufs Game an. Was hier limitiert, ist meistens der Grafikspeicher. Aber in so einem Preisbereich ist es noch okay. Man hätte schon eine stärkere nehmen können. Ihr seht gleich den Preisunterschied, klar. Aber die ist so eigentlich ganz gut gewählt. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 851,51 Euro bei Ebay über TrendIT bzw. 868,34 Euro über Electronis.de. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-13600K. Der hat 14 Kerne, 6 Performance- und 8 Efficiency-Kerne bzw. 20 Threads, also 12 Performance-Threads und 8 Efficiency-Kerne. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Efficiency-Kerne sind halt für Multimedia-Aufgaben. Wenn man jetzt irgendwie Videos schaut, man macht ein Office-Dokument oder irgendwas, was nicht so viel Leistung frisst und sobald man dann anfängt zu spielen, schalten sich die Performance-Kerne dazu. Das hilft unter anderem beim Strom sparen. Wenn ihr wirklich effizient arbeiten wollt, sind die Efficiency-Kerne halt dafür da. Jetzt ganz grob erklärt. Und der hat eine TDP von 125 Watt bzw. 181 Watt Maximum Turbo Power. Der kann sich auch über 200 Watt ziehen. Ich habe den ja selber, wenn man ein bisschen an den Einstellungen rumspielt. Aber 125 Watt ist so das Mittel, wenn man so möchte. Diese 181 Watt Turbo Power, die liegen nur für circa eine Minute an und dann taktet der sich sowieso wieder runter bzw. damit er nicht zu warm wird, geht er auf die 125 Watt wieder zurück. Man kann die Limits natürlich anders einstellen. Man hat auch mehr Leistung, aber auch einen höheren Stromverbrauch. Ansonsten ist das ein guter Prozessor. Reicht für mich persönlich zum Zocken und auch zum Videoschneiden usw. Ihr braucht keinen 13 7er oder 13 9er. Der 13 6er ist schon okay. Und da unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS bzw. DDR4 3200 MTS. Könnt ihr wie immer alle schneller betreiben. Meiner läuft auf 6800 im DDR5-Bereich. Auch bei DDR4 könnt ihr ganz locker auf 3600 oder gar 4000 gehen. Und der kostet 336 Euro bei computeruniverse.net. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming B660 M minus plus Wi-Fi. Wie gesagt, Mikro-ATX. B660 Chipsatz ist natürlich eher so für die 12.000 Generationen von den Prozessoren gedacht. Die 13.000er, die laufen damit auch, sofern man dann ein BIOS-Update macht. Bei B660 muss man sich natürlich im Klaren sein, dass da nicht viel mit Übertakten los ist. Vor allen Dingen, wir haben hier einen K-Prozessor. Aber ich habe in den Kommentaren halt gelesen, dass die wenigsten von euch sich für das Übertakten irgendwie interessieren. Von daher ist das wohl irgendwo hinfällig. Ein Z690 oder ein Z790 hätte mir hier besser gefallen. Aber gut, so ist es jetzt halt leider. Das Board gibt es übrigens auch als B760M. Fast das gleiche Board. Ist sogar günstiger. Aber hier haben sie das B660er genommen. Ansonsten hat das gekühlte Spannungswandler vier RAM-Bänke. Hier kann eine SSD rein. Hier kann auch noch eine SSD rein. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und den Slot könnt ihr vielleicht noch benutzen. Den unteren aber auf jeden Fall für eine Capture-Card oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit TOS-Link. WLAN und Bluetooth ist auch schon mit am Start. Das sind hier die Antennenanschlüsse. Netzwerkanschluss. Viermal USB 3.1. Einmal USB 3.0. USB Typ C ist mit am Start. Zweimal USB 2.0. Die Onboard-Grafik, also DisplayPort und HDMI könnt ihr hier theoretisch benutzen. Lasst es. Nehmt bitte die Grafikkarte dafür. Das ist aber soweit ein grundsolides Board. Auch wenn es Mikroartix ist. Natürlich seid ihr ein bisschen beschnitten, was die Erweiterungsmöglichkeiten, was SSDs und auch Erweiterungskarten angeht. Aber es ist eigentlich so, technisch gesehen, wirklich was Feines. Und in dem Gehäuse passt das auch. Und das kostet 188,91 Euro bei ProShop.de. Der Arbeitsspeicher ist Corsair Vengeance RGB DDR5 6000 MTS CL36 XMP 3.0 32 GB Dual Kit. Das wird dann wohl dieser hier sein. 32 GB ist in Ordnung. Mehr brauchen die normalen Gamer eigentlich nicht. Selbst ich mit Videoschnitt und auch Streaming und dem ganzen Gedöns. Ich brauche auch nicht mehr als 32 GB. Zumindest Stand heute. CL36 ist natürlich ein bisschen... Ja, kann man machen. 6000 MTS ist auf jeden Fall fein. Ist auf jeden Fall auch mehr, was Intel angibt, was offiziell geht. CL32 hätte mir besser gefallen. Oder höhere Taktung oder ähnliches. Das ist halt so ein Durchschnittsding. Hat dazu noch RGB-Beleuchtung. Kann man machen. Dual Kit, also Dual Channel auch gegeben. Ja, ist okay. Brauche ich nicht großartig meckern. Und der kostet 171,94 Euro bei Amazon. Also ein Marketplace über Pris24. Die SSD ist in der Western Digital Black SN770 NVMe M.2 SSD, Pisa Express 4.0, 2 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5150 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4850 MB die Sekunde. Das ist eine gute SSD. 2 TB in dem Preisbereich muss auch sein. Finde ich eine gute Wahl. Kann ich jetzt nicht großartig meckern. Gibt es auch nichts weiter dazu zu sagen. Und die kostet 124,89 Euro wieder bei Ebay über OEZ Online Shop. So heißt das. Oder 124,90 Euro, also 1 Cent mehr bei Computer Universe.net. Die Wasserkühlung ist eine Alpha Cool Core Ocean T38 360 mm CPU Digital Komplett Wasserkühlung. Die hatten wir jetzt schon häufiger bei Discord auch in den Listen drin von Geizhals. Wenn da jemand herkommt und Ticketsystem möchte von uns ein System haben, packen wir die gerne da rein. Die hat nämlich auch einen dickeren Radiator, wie zum Beispiel auch die Arctic. Das Problem an dem Teil ist, diesen Punktenkopf zu montieren. Da brauchst du drei Hände für. Und die Lüfter sind sehr, sehr laut. Das hat jetzt hier aber auch einen Grund, warum ich das sage. Und zwar bauen die hier noch Arctic Lüfter ein. Die ersetzen die quasi. Da kommen wir aber gleich noch zu. Aber auf jeden Fall leistungstechnisch eine gute Wahl. Für den 136er auf jeden Fall eine Top Wasserkühlung kann man machen. Und die kostet 86,90 Euro bei CaseKing.de. Und hier kommt jetzt auch der Punkt. Insgesamt 620 mm Arctic P12 PWM PST ARGB. Alter, meine Fresse. Das sind Lüfter und keine Raketen. Was ist mit euch los? 0 Dezibel Lüfter in Schwarz. Ich habe jetzt hier in dem Fall zweimal das 3er Set genommen. Ich verbaue die auch öfters. Ich bin zufrieden damit. Die sind schön leise, haben ein bisschen Beleuchtung. Ist nichts Besonderes, aber die sind in Ordnung. Ihr habt auf den Dingern auch 6 Jahre Garantie. Das würde Arctic nicht machen, wenn die Teile nicht auch so lange halten sollten. Also es geht ja hauptsächlich um das Lüfterlager und natürlich auch um die RGB-Beleuchtung. Und die kosten 35,90 Euro im 3er Set mal 2 bei cyberport.de. Ich habe jetzt nur ein Thema. Ich weiß nicht ganz genau, wo sie den 6. Lüfter verstecken. Also die ersetzen hier oben natürlich die von der Core Ocean, die 3. Hier unten haben wir 2 Stück drin. Auch wenn man hier so durchskippt. Man sieht, es sind nur 2. Ob der noch irgendwie bei dem Gehäuse in die Front passt, obwohl das Netzteil auch hier drin steckt? Ich kann's euch nicht genau sagen. Selbst wenn das Netzteil hier so rum drin ist und der Lüfter dann hier sitzen würde, macht's irgendwie keinen Sinn. Das würde nur Sinn machen, wenn man den weiter runter setzt. Ich kann's euch nicht genau sagen. Hier hinten kriegt man den ja scheinbar nicht mehr rein, weil die Schläuche von der Wasserkühlung da im Weg sind. Ja, sie schreiben es halt in die Beschreibung rein. Nehmen wir so einen Preispunkt mit. Aber selbst wenn es nur 5 wären, wäre der Airflow auch gegeben. Hier unten kommt die kalte Luft rein. Die warme Luft geht oben raus. Ist okay. Und als Netzteil bekommen wir ein MSI MPG A850G PCI Express 5 Netzteil. 80 plus Gold. Vollmodular. ATX 3.0. 850 Watt. Damit ist so ziemlich alles gesagt. Wir haben 10 Jahre Garantie. 80 plus Gold Zertifizierung. Vollmodularität. 850 Watt reicht für das System. Auch dicke. Bringt schon den neuen Stecker mit für die neuen Grafikkartenanschlüsse. Das sieht man hier ganz gut auf dem Bild. Das ist nämlich dieser kleine hier. Ja, kann ich auch nicht meckern. Ist okay. Und das kostet 132,98 Euro bei Mindfactory. Und bevor wir jetzt wirklich zum Ende der Liste kommen, hier nochmal der Hinweis. Es ist ein Messesystem. Also das wurde gebaut. Immer mal wieder mitgeschleppt auf irgendwelche Events. Gehe ich mal stark von aus, sonst würden sie es nicht da hinschreiben. Es ist nicht komplett neu, aber ihr habt halt die 3 Jahre Garantie. Müssen wir einfach mal im Hinterkopf behalten. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, also die 6 Stück, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.079,83 Euro. Das System soll kosten. 2.699,90 Euro. Und das ist dann der Punkt, wo ich sagen muss, schade. Weil es echt ein cooles System. Auch wenn es Mikroatics ist. Nicht jeder will so einen Riesentower bei sich auf dem Tisch stehen haben. Und so ein kleines System sieht auch mal ganz schnuckelig aus. Vor allen Dingen mit so einem Display vorne drin. Hat viele Spielereien, noch ein paar Frontanschlüsse und so. Das ist echt cool. Und auch cool konfiguriert. Bis auf den RAM. Das hätte man ein bisschen besser machen können. Aber ja, das System ist gut konfiguriert, aber leider viel zu teuer. Das sind bummelig 600 Euro Aufpreis. Für was? Also verstehe ich leider nicht. Das könnt ihr euch selber bauen, das System. Das ist nicht schwer. Natürlich Kabelmanagement in so einem kleinen Gehäuse schon ein bisschen schwieriger. Sicher. Aber das ist halt ein Standardsystem. Da ist nichts Custom drin oder so. Finde ich echt schade. Und gerade mit diesem Hintergedanken, dass es halt irgendwo gebraucht ist. Es hat mehrere Touren wahrscheinlich mitgemacht. Es ist so ärgerlich. Vor allen Dingen bei so einem Preis von 2.07 erwartet man dann vielleicht eine 13.700K, auch wenn man ihn nicht unbedingt braucht. Oder eine 4080 oder so. Wäre halt noch viel Luft gewesen. Für bessere Komponenten. Ansonsten 2 Terabyte Speicher und so. War ja alles super. Netzteil auch. Neueste Generation. ATX 3.0. Schade, schade. Der PC wurde mir übrigens vorgeschlagen von Rexy. Der hat das hier in unserem Video-Vorschläge-Channel auf Discord gepostet. Joint auch gerne unseren Discord, falls ihr irgendwie eine Geizheitsliste haben wollt. Ihr wollt ein System haben für, was weiß ich, 1000, 1400, 2000 Euro. Einfach hier im Ticketsystem ein Ticket ziehen. Wo ist es jetzt hier? Genau. Dann könnt ihr hier eine Config-Anfrage machen unter Tickets. Und da macht ihr einfach eins auf. Dann werden euch Fragen gestellt, was ihr genau haben wollt. Wollt ihr RGB? Was wollt ihr spielen? Was habt ihr für einen Monitor und so? Und dann machen wir euch gerne kostenlos natürlich eine Liste. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Nämchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo wäre ganz nice. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, auf Wiedersehen.